Willkommen auf dem Video. Dies ist eine Präsentation des Produktes Teleskoper TSO-PTICS Neptune Spiegel Teleskop. Die einzigartige Zwei-Wege-Optik des Yukon 6, 100x100 bietet den größten Summbereich, der zur Zeit erhältlich ist. Die 100 mm Frontlinse für den Summbereich von 6,25x liefert ein scharfes Bild auf kürzere Entfernungen und bei schneller Zielerfassung. Durch Drehen eines Knopfes lässt sich der Vergrößerungsbereich 25,100x umschalten. Das Spektivgehäuse besteht aus stabilem Kompositmaterial. Der um 45 abgewinkelte und drehbare Okulareinblick erlaubt eine komfortable Position bei allen Beobachtungslagen. Dieses Video ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, durch Werbung und Links zu Amazon Amazon Deutschland. Für weitere Details und eine sehr viel auf Amazon Deutschland klicken Sie bitte auf den Link in der Beschreibung unten. Danke fürs Zuschauen.